Genieße die Freiheit zu tun, was du tun möchtest. Diesen Erfolgstipp hat mir Schauspieler Jalil White mitgegeben und genau darum geht es in meinem heutigen Blogbeitrag unter www.normen-graeter.com. Finde heraus, warum manche Menschen eben durch Menschen motiviert sind und andere eher durch Aufgaben. Beides ist vollkommen okay. Es gilt nur herauszufinden, ob dein Kunde, ob dein Mitarbeiter, ob du selbst von und durch Menschen motiviert bist oder durch die reine Aufgabe. Denn wenn du das einmal herausgefunden hast, dann wirst du Kunden zu Fans machen, denn du gibst ihnen genau das, was sie haben möchten. Noch mehr zu Jalil White und auch den Aufteilungen zwischen Mensch und Aufgabe in meinem Blog, klick dich jetzt rein auf www.normen-graeter.com.